Es ist ein schöner Ort hier. Ist doch cool hier. Wann kommt der Rest hier mal rüber? Oder wollen die da drüben bleiben? Oh, dann gehts weiter. Verlasse das Gebiet. Oh, ist doch schön hier, oder nicht? Ist doch gar nicht so verkehrt. Oh, wieder eine Zombie hier. Und weg. Und nach links. Was gibt es jetzt hier? Hier müssen wir anscheinend hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt noch mehr da, wenn du dich herumschlossen. Ich denke, es geht. Ja, das ist eine große Entscheidung. Ich verstehe. Aber erinnere dich. 3 Fahren wir da erstmal hin. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich noch nach vermissen, Ausschau halten, ein bisschen Unterstützung. Ist nie verkehrt, glaube ich. Hier ist zwar so viel zu entdecken, aber ein bisschen der Story-Folgen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Oh. Wo ist das denn, Jack? Ich soll jetzt alleine hingehen, oder? Wie hab ich das gedacht? Ja, wahrscheinlich habt ihr euch das genauso bedacht, dass ich jetzt allein losziehe. Wo bin ich das denn? Ah, ne, ihr kommt mit. Das ist gut. In dem Fall besser, als alleine loszuziehen. Ich dachte, die schicken Kids hier allein los. Komm, mach die Tür auf. Boom. Oh, siehste, mit dem ersten Hallo gleich jemand angelockt. Da ist auch einer. Oh, siehste, das wird in einem großen Problem. Oh, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt haben wir jetzt ein Auto gefunden hier, wo wir jetzt alle reinpassen, im Schlupfer werden zwei laufen müssen. Das wäre ein bisschen mies. Oh nein. Oh, da hat es mich fast überschlagen. Was ist das denn hier? Ein Gefängnis? Nein. Erstmal, wo wir die Jungs hier eskortieren. Wollen wir zwei drum fahren, klatsch. So, was ist denn ganz ein? Ja, da hinten. Na, wir sind schon zu weit. Na ja, kommen wir durch? Jawohl. Die sollen sich uns mal anschließen. Nicht immer nur ständig eskortieren fahren, die Jungs, sondern auch mal zu uns kommen. Das wäre viel besser. Ja. So, jetzt wiederholen Sie für alle die Hilfe. Hey, warum nicht du in die Mitte? Am besten wir können uns tun, was wir tun können. Ja. Ja, die können sich ruhig mal auf uns anschließen. So, was können wir jetzt hier machen? Wollen die sich uns nicht anschließen? Okay, dann. Du kannst mich auch schützen. Ich bin jetzt stolz. Hi! Payton braucht Hilfe? Wo ist der denn? Soll ich den, den wir losgeschickt haben? Was ist passiert? Wo ist denn dieser Payton oder wie der heißt? Er sollte doch hier irgendwo was holen. Das wäre eine schlechte Idee, um hier zu setzen. Das wird weit über was wir können. Ich bin cool mit dem. Ich denke, wir sollten unsere Base hier bewegen. Es hat eine gute Wand rund um es? Wie ein perfekte Perimeter? Nein, nicht genau. Ach, hier, die Heimatbasis verlegen nicht. Potenzielle Heimatbasis, da können wir aber hin verlegen, glaube ich. Ich lege einen Ekelzombie. Und wo sollen die sich rumtreiben? Ach, das ist ja wieder ganz am Hasch der Welt. Gut, gut v Georgia! Ich nein da laufen wir wohl lieber mal rüber aber jetzt finde ich mal die Basis hier warum sollte man sie nicht verlegen das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee und noch ein hoch aber kommst du da jetzt nicht hoch hoch mit ihr so komme ich ja nicht so wie die Mauer rüber da muss ich wie alle ja ich komme ja auch so rüber siehste ja 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 Wo kann man jetzt am besten hier weg? Oh, jetzt habe ich noch einen Reifen verloren. Da fahren wir erstmal wieder zurück, unsere alte Basis. Das ist der andere Weg kürzer, ich glaube nicht. Naja, fahren wir hier lang, aber doch bitte ein anderes Auto. Wen jagen die Zombies denn da, ist das der Kollege? Ist ja Python oder wie der heißt. Oh, wie sieht die Karre denn aus? So, erstmal Vollgas und weg hier. Schade, dass man nicht mehr Lager aufschlagen kann. Also von den Großen meine ich. Ist da denn zusammen gebrochen? Oh, Herr. Dann werden wir irgendwo da aus dem Posten. Befehl ist Befehl. Ah, hier kann man noch genug aus dem Posten errichten, glaube ich. Alles einnehmen. Ja, die fürchtet sich, ist ja gut. Platsch. Ich verstehe nicht warum die mal alle so Angst haben, meine Herren. Wir haben eine gute Unterkunft, viel Munition, viel Waffen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Trotzdem scheißen sich in die Hose. Was ist das denn hier? Oh, was ist jetzt hier los? Zack. Was ist hier los? Zack. 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 Buh. Boo. Buh. Buh. Vielen Dank.